Golden Map-Bahn, er braucht man auf jeden Fall auch wieder Pionier, ey. Ja, aber in den großen Maps, da bietet es sich halt an mit Dings zu spielen. Mit Pionier zu spielen, um die ganzen scheiß Fahrzeuge abzuschießen. Macht da am meisten Spaß dann, wenn man mal alleine spielt. No. Ah, ich nehme es jetzt hier ein Stück auf und los geht's hier. Das lassen wir alles so, da müssen wir ja bald noch freischalten und beitreten. Äh, ja. Ich schnapp mir so einen komischen Buggy hier. Und los geht's. Wir haben einen anderen Squad-Führer, wir waren ja gespannt. Wollen wir erst mal zu ihm. Wuhu. Cool. Wollen wir schon mal den ersten. Läuft. Und damals Rotpunkt-Visier. Nice. Wie war denn der so schnell hergekommen, ey? Krasser Scheiß. Hallo. Nice. Platz 1. Yay. So, jetzt ab's F. Da gibt auch keine Befehle. Irgendwie. Da geht ein Heli down. Okay. Jetzt ist unser F ein. Komm mal schnell hin. Hoppa. Ja, ich weiß. Wir fahren jetzt hier ab durch. Wuhu. Cool. Wir fahren mal ein paar Granaten. Oh. Oh, von oben war. Och Mann, ey. Doof. Komm, jetzt klammern wir mal das Rotpunkt, wie sie ausrüsten. Und jetzt klammern wir mal den Panzer hier platt. Oh, hier ist schon wieder ein. Alter. Aua, 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 aua. Hier ist immer noch irgendwo jener. Ich bin immer noch oben, ey. Oh, das scheint nicht plötzlich von mir, falls ich ein, die auf der Höhe. Hm. Wird wohl noch präsentiert nach oben sein. Können jetzt warten, bis sie hier ein paar Verstärkungen bekommen. Ja, cool, wenn hier ein bisschen Unterstützung kommen würde. Ja, ich bin jetzt hier irgendwo raus. Und der bestimmt zum Vorschein. Also nervig noch ein bisschen. Da haben wir einen Gegner. Ist irgendwo da oben. Haben wir den? F ist unser. Da kommt ein Panzer. Da kommt er. Da. Den haben wir nicht erwischt. Hier haben wir einen Gegner. Oh, fuck. Ja, man. Scheiße. Ach so, jetzt. What a nice. Ach, der Dexter wieder. Die kriegen wir. Die E ist nicht mehr unser. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier gleich wieder rein. Ich würde meinen Rache-Kill haben. Ich würde mich gerade auch eingenommen. Oh ja. Ich sehe es. Oh, oh. Läuft. Da ist irgendwo noch ein Gegner. Wahrscheinlich oben. Warten jetzt sind wir hier. Das ist Michelin unsere Flagge. Genau wie jetzt. Sehr nice. Da haben wir wieder einen Rebound bekommen. Können wir vielleicht bald den Auftrag abschließen. Ist immer noch irgendwo ein Gegner. Kommen wir hier nicht irgendwo hoch? Ja, da gehen wir einfach mal hoch. Gucken wir ihn überraschen können oder er uns überrascht. Ich hoffe mal nicht anders. Da ist keiner, da ist keiner. Hier ist keiner. Komm schon. Ist er abge... Wo ist er? Ah, Scheiße. Komm schon. Was ist da denn? Ah, Scheiße. Hier. Komm schon. Kriegen wir mal. Ich habe gerade das Fall. Oh, ja genau. Wie kommt der so schnell rum, ey. Oh, ey. Meine Fresse. Hätte auf Einzuschuss schalten sollen. Jetzt ist F da viel weg, ey. Scheiße. Komm, ich geh mal in den Healy rein. Wo ist er? Ja, da schießt uns eine ab, Kollege. Danke. Puh. So ein Arschloch, Alter. Okay, ab wieder zu F. Müssen wir wieder ein paar Punkte machen, ey. Es war auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Ah, der hat wenigstens mal ein paar Fehler gegeben. Das ist schon mal sehr gut. Greif das Einsatzziel an. Ja, bin schon dabei. Ist da einer? Oh. Was war das denn? Oh. Da haben wir einen. Erwischt. Irgendwo ein Panzer. Ach, ne. Treffe ich nicht. Okay, ist unser. Nice. So, komm. Der nächste Befehl. Oh, Mann. Oh, fuck. 8 HP. Ah. Mein Scheiß. Ähm. Komm, ab zum Panzer mit. Würde ich sagen. Ab da hin. Schauen wir, was hier so abgeht. Ah. Kann man nicht markieren, okay. Kann man nicht markieren. Kann man nicht markieren, okay? Oh, yeah. Nice Das war doch mal geil Die noch mal platt gemacht So, dann gucken wir hier mal weiter Oh, verreckt doch einfach Ach, geil Ich hasse es Doof Wie zieht es hier aus? Geh mal wieder zum Panzer, würde ich sagen Geh mal außen rum Ich geh mal da einen abwischen Der ist da unten War noch einer, oder? Wo kam jetzt der Schuss von der Seite? So, nehmen wir es mit ein Da ist ein Gegner Geh mal wieder rein, muss man B ist eng genommen, D müssen wir einnehmen Was sind wir? Was sind wir? Ah ne, das wird mischt Oh, ach komm Das hat mir zu lange hier, was der macht Ein bisschen zu D G wird eingenommen Ah, scheiße Bleibt er stehen, bleibt er nicht stehen Der ist ausgestiegen Oh, fuck Auto haben wir stehen, sehr gut Geh ist nur noch frei, was ist denn hier los, ey Schon wieder so einseitig, oder was? Na ja Gehen wir mal zu G Wollte ich nicht markieren, warum auch immer Kommt doch gerade eine da runter, oder? Ne, ist auch ein Jet Die schießen sich auch Die schießen sich auch Da ist ein Panzer Ey, ist ja gar nicht Schluss, was ist denn los? Da ist ein Panzer Ne, die wurden mischt, dann müssen wir ein bisschen höher schießen Ungefähr so Ah ne Der könnte ja mit dir sitzen Auch nicht Gibt's doch nicht Na gut, da ist eh glatt Da war ein Fahrzeug Was gibt's doch nicht machen, die Gegner, überhaupt was? Oh, da kam was Was auch immer Na komm, gehen wir jetzt mal hier lang Was ist denn schon mit zwei jetzt? Da haben wir einen Heli Oh Ah, das ruft mich Yes! Den Hammer erwischt Puh Sehr gut Ach komm, das ist gemmischt Ach komm, das ist gemmischt Wir schauen, vielleicht können wir den erwischen irgendwie Der ist down, okay Jetzt kann man eigentlich Magie einnehmen Jetzt nimmt's grad A ein Okay Ne, noch nicht Versuch hinter ihn zu kommen Gucken So, erwischt 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 Ne, das wird zu weit Haben wir keine Muni mehr, oder? Ne, wir haben keine Muni mehr Ja, alles ist eingenommen Ja, alles ist eingenommen F müssen wir Dann Dann Schon Da ist ein Gegner Gehen wir auf Einzel Den Hammer Sehr nice Da liegt ein Medikit Das nehme ich mal mit Eieiei Aua Was ist denn das? Da ist ein fucking Panzer Schade Bisschen geärgert Was soll's? Voll zu schauen gemacht bei dem Immer schön nah am Dings bleiben Panzer bleiben Kann ja nicht so viel machen Du Kollege, ich mach erstmal den Panzer da platt Wenn ich darf Oh fuck, jetzt kommt von zwei Seiten Steine hier rum Oh fuck Mann, jetzt hab ich noch Einzelschuss drin Mann Mhhh Was wir holen können Ja, wir müssen auf jeden Fall da drüben was machen Das noch Auf den Dings stellen Oh verreckt doch Ah, ich hab ihn noch Gut Und jetzt gegenseitig gedrückt Oh nicht schlecht Da mit rein Oder auch nicht Sehr nice Komm schon Er ist ausgestiegen Der noch? Nö Ah, ist im Gegend Buh, wir sind zu der Panzer Wir sind schon bald wieder, oder was? Das gibt's doch nicht Ja Sehr nice Oh yeah Multicill Ui Huah Geil Läuft Okay Elf ist eingenommen So Wurde ich sagen Gehen wir mal zu E Guck mal einen neuen Befehl, Kollege Ein bisschen E jetzt mal E Er wurde schon nicht eingeladen Krise Welches? Erstmal F Erstmal F Erstmal F Erstmal F Da ist keiner, okay Da hinten ist irgendwo ein Panzer Oh fuck, den hab ich nicht gesehen Auch von oben Doof Gehen wir mal da unten rein Nehmen wir mal E ein Gehen wir mal da unten rein Gehen wir mal E ein Gehen wir mal E ein Gehen wir mal Gegner? Irgendwie nicht Gehen wir uns doch einfach mal ein Ich verstehe ich den Gegner Ich weiß ja irgendwo ein Gegner Nö Oh die Waffe fällt mir aber Ich war nicht mal so schlecht Lass mich mal mit, lass mich mal mit, du Arsch, oh das liebe ich ja ey, das wird ein Squadmitglied sein ey, angreifen sehr gut, machen wir, da fliegen die Flak, äh Quatsch die Mörser, los komm, fahr mal zu, fahr mal zu, auf F, müssen F angreifen, da, sehr nice, ich verpiss mich mal, oh da sind ein paar Gegner wow, hier wollen wir hier mal gesehen, verteidigen würde ich sagen nato ja, mal hoch mal schauen ne, ich hatte schon wieder viel, viel Zeug eigentlich, ich muss mal, jetzt mal wieder, wo war das? ist keiner, okay irgendwelche Leute, da ist ein Heli, oh oh bunter ich habe keinen Bock von einem scheiß Sniper abgeschütteln ist das Römina gewesen? hm oh, was war das denn für eine Aktion du stirbst, Kollege, Schnuschel ganz klar, sowas noch vergessen ich bin noch auf dem Kopf drauf ach, doof ähm ich würde ja gerne da oben rennen oh, ja, den habe ich gesehen wo waren das jetzt? war das da hinten? ja wo waren wir? da war da gerade noch ein Gegner oh, cool, geholfen siehst du mal, siehst du mal echt geholfen effen müssen wir wieder da ist ein Auto und ein Buggy wir holen wir gleich mal hier ein bisschen schneller sind im BT, oder wie es heißt machen wir hier noch schnell die Kertwände und dann geht es los ab zu F ab auf den Wust so, dann schauen wir mal was dort abgeht oh, weiter will ich gar nie wo ist er? wo ist er? wo ist er? ach du scheiß Panzer, ey musst du dich da einmischen? meine Güte, ey helfen wir auch nochmal aus die maßen die maßen auch, ja wir wollen mal Granaten schmeißen hier wieder nicht richtig drauf die maßen eieieieieiei warum stell dich denn nicht auf Einzelschuss, ey komm schon jetzt hab ich dich auch die maßen mal hier außen rum würd ich sagen die ganze doch nicht, oder was? ich steu mal auf Einzelschuss beim Böden wir müssen jetzt nicht auf ein »Pack« 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 Oh! Ah, doof! Geht der weiter, oder? Oh, doof! Ja! Mann! Ja, 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 so! Oh, Gottes Willen! Das sieht da nicht so gut aus. Muss man den Typen dann platt machen? Ah, gut, passt. Ab zur F wieder. Der Ding steht diesmal nicht da, aber gut, steht wahrscheinlich immer noch dort. Na, dann machen wir mal. Aber wir haben ja noch einen engen Schuh. Oh! Oh! Ne, das war unser. Oh, hier ist ein Gegner. Ist der hier oben, oder was? Da ist er. Den holen wir uns. Der Hammer! So. Und jetzt, äh, ab zur F. Kann ich mal hier gewinnen, ey. Ich will mich damit gar nicht. Geht ja mal ja nicht. So, das wird fast schon eingenommen. Juhu! Ein wenig weg durch die Straße. So. Wir stehen. Und wir warten. Dass wir die Flagge wieder haben. Perfekt. Und ab zu gehen, würde ich sagen. Njum! Und wir haben ja noch irgendwie vier anfordern. Immer an Bewegung bleiben hier. Wir haben ja gar nichts mehr. Gucken wir mal, ob wir hier nicht entdeckt werden. Unterher geflogen? Ja, aber schlecht. Das aussieht nicht. Sieht gut aus. Das ist unsere Flagge. Ganz alleine eingenommen. Okay, dann fahren wir mal oben zu A und B hin. Njum! One-Man-Army hier. Ich hab' gelacht. Hallo, Panzer. Hallo. Öh, das hat keinen Schaden gemacht! Was zur Hölle? Das war sehr komisch. Ich ziehe mit... Dings einnehmen hier. Merkt. Was ich frage, steht jetzt hier der Panzer oder ist das... Ja. Daneben geschossen. Daneben. 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 Und das war cool. Uiuiui. Das Ding ist doch kaputt, Mensch. Da sitzt doch... Sitz doch noch jemand drin. Komm, hier. Bam. Zack. Mal schneiden hier. Und jetzt weiter. Rein hier und dann geht's los. Ah, ne. Ah, ne. Dener dürfen wir nicht. Sehr gut. Dann haben wir jetzt B und C ein. Naja, aber so mischt. Komm. Dann nimmt's mal B ein. Sieht doch gut aus. Oh, A wird wieder hingenommen. Was ist man da irgendwo hin? Bisschen. Bisschen. Oh, fuck. Hier ist irgendwo ja. Irgendwo ist einer. Da ist einer. Hä? Wo ist dort einer? drüben ist einer. War doch gerade einer. Hm. Gut, ne mal einen. Hier ist einer. Ach, hier. Bye, bye. Kollege. Schnuschel. Da war das Locktick. Ach, Mann. Ich will auch so'n Handy unterholen. Ah, gut. Der ist im Bereich. Der ist im Arsch. Mal einen genommen. Sehr gut. Dann. Dann. Weiter geht's. Ich muss hier mal so'n schnelles Buggy. Am besten, glaube. Dann. Ab zu D. Uh. Oh, fuck. Okay, ein guter Fahrer. Juhu. Wo war doch gerade noch einer? Ah, scheiße. Das ist gut. Da muss ein Gegner. Und weiter. Der wiederhaube ist. Ups. Okay. Ja. Werd ich doch lieber selber weiterlaufen. Ab zu F. Ehe gehe ich jetzt nicht hin. So weit weg. Wo ich es wahrscheinlich genauso weit weg aus jetzt. Und da hin? Scherz drauf. Ach, Mann. Oh, der ist ja fast down. Bums. Ja, Akelhilfe wechseln. Läuft doch. Das wars eh bald. Ja, das wars gleich. Den noch verteidigen. Komm, komm, komm. Wo ist er? Dort ist er. Wir haben 1.2. Charlie gewonnen. Bye, bye. Hihi. Ich bleibe hier oben. Ich glaube da, erwartet nicht keiner. Hier ist irgendwo einer. Irgendwo ist der noch Bye bye Ok, jetzt kann man das Ding auch wieder einnehmen Komm jetzt will ich noch einnehmen Komm mal hier gewinnen Gleich haben wir es Gleich haben wir es Sehr nice Hier sieht es eh aus Hier ist alles noch Komm ich helfe dir mal Ok Jaaaa Das war doch mal eine coole Runde Oh Da fehlt nicht viel Oh dann sind wir auch schon bald wieder durch Punkt Visio genau Laser Visio Conquest Service da unten 22 Sehr gut Sehr nice Und ein paar Remounts noch Schön Live doch Und noch den Boost drauf Der leider kein 100% Boost mehr ist Schade Freischaltungen Fortschritt Jaaaa Das sieht gut aus Freischaltungen, Aufträge Ähm Ja, wird auch langsam Gut Dann würde ich mich sagen Machen wir hier Pause Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Benefits Boah es ist dunkel geworden Wieder, wieder, tschau tschau Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Tschau 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 Tschau